Musik 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 Genau Ok, die behalte ich Ja ne, da schmeißest du die Arme mal raus und nimmst den Bogen mit Ja, weil die hat nämlich mal eben 1900 Schiss mich tot ne Mal ebenso Nicht schlecht Hype kann ich nicht mitnehmen? Egal So, ich hätte mindestens gerne mal ne Plane gefunden Hätten wir uns da noch Metal Mh, die Metal Stamm ne? Ne, hier ist Metal Chart Echt? Ja, ich guck grad was ich rauswerfen kann Das ist Metal Chart, hallo? Hier ist ein Benzinkanister Echt mit viel Wut Wutnen Lock Wir brauchen Branch verdammt Das ist verdammtes Metal Chart Oder Metal Sheet Oder wie auch immer Könnt ihr sagen was ihr wollt Öhh Hier gibt es normalerweise einen Haufen Rohre, wenn ich wüsste, dass man den Rohren machen könnte, also nicht die Verbinderrohre, sondern die normalen Rohre, könnte man die nicht einschmelzen, ich glaube, ja. Doch, die kannst du einschmelzen. Biofuel, hier ist Bio. Ja, ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich auch nicht, ich bin jetzt auch voll. Hast du deine Kreditkarte einstecken? Du möchtest das bezahlen, oder? Reicht. Du hast bezahlt, okay. Das Ende von meiner Achse ist die Kreditkarte. Ich glaube, da sollte mal keiner fragen, ob ich mal so eben, ne? Nö, nö, das stimmt. Oh, Tagpiles. So, ich würde mal sagen, vielleicht lassen wir uns zucker hier in der Nähe, weil in der Baumarkt ist immer eine coole Grundurte. Ja, aber dann können wir uns wirklich oben in den Weiten näher lassen, weil dann haben wir ja wirklich alles in der Nähe anscheinend. Ja, zumindest da, wo ein bisschen Wasser ist, wisst ihr. Ja, lass uns mal in der Gegend umgucken. Warte. Weil wenn man so hier mit dem Markt und dem, der schon hier wohnt, im Mittelduenz zu sind, ist das schon ganz praktisch. Wir müssen uns dann nur merken, wo wir sind. Nö, der, der in den Wohnen scheint hier auf jeden Fall gut klar zu kommen, wenn du mal guckst, der hat schon gut ausgerüstet hier, ne? Nö, nö. Der hat vier von diesen Planen dabei gehabt, diese Dinge hier, die können wir jetzt viermal bauen, alter. Cool. Baumarktbesuch, also das ist lustig. Männer auf dem Baumarkt sind doch die größten, oder? Ja, Männer und ihre Baumärkte. Ja, das ist das reinste Schlafenland. So, was haben wir denn hier hinten? Ähm, hier ist auch noch eine kleine, ein kleiner Imbertwasser. Ja, da war ich schon drin, da ist aber nichts mehr. So, guck mal hier unten, vielleicht finden wir hier unten irgendwo ein Tal, im, vielleicht ein Krälen-Special-Line oder sowas, schauen wir mal. Huah! Die Rehe können auch nicht blinken. Jetzt, selber. Der hätte mich fast über den Hafen gerannt, also ohne Nummernschild, kannst du dir vorstellen. Ohne Nummernschild. Jetzt gar nicht. Aha, warte mal, warte mal. Das sieht jetzt, glaube ich, nur so aus, ne? Das sieht nur so aus, als wenn das Wasser wäre. What? Okay, hier sind wir aber auch wieder sichtbar für die anderen, weil da oben ist nämlich die Straße. Okay. Äh, wenn wir uns doch mal mit so in die Richtung im Bad oder wo? Hier muss ja irgendwo dann was sein, ne? Also, das ist ja nicht. Hier ist ein kleiner Wanderweg. Folgen wir mal den Wanderweg hier. Okay. Weil der führt direkt zum Baumarkt, weißt du? Stimmt. Das kann uns ja also scheißegal sein, wenn der hier in der Nähe irgendwas wassertechnisches hat, ist das super. Mindestens so ein kleines Special-Line, da muss man auch keine Pfütze sein, das ist mir auch wurscht. Ja, du, wir können jetzt die Auffangdecken bauen, ne? Viermal. Ja, das stimmt schon, aber da müssen wir uns aber zumindest dann bei uns Interfonddecken bauen und die dann auch einsperren, weil sonst kommen wir keine Wasserflasche mehr. Du wirst ja das Problem, kennst du ja, oder? Ja, das hatten wir ja erst, ne? Mhm. Aber da habe ich auch schon gesehen, wie wir das regeln. Jo. Hör mal Wasser. Irgendwie ja, ne? Ich habe irgendwie Wasser gerade gehört, ne? Kann ja nicht sein, dass hier kein Wasser in der Nähe ist, hallo? Fümisch. Naja. Willst du ja keiner sein, dass es schon das kurde Ende ist? Ja, warte mal. Ich weiß doch, ein Ende wird es sein, weil hier oben ist nämlich ein Dings. Ein Tunnel. Ach, hier oben ist der Tunnel, ne? Ja, irgendwo hier oben ist ein Tunnel. Der war hier an der Straße. Alter, Schwede, sieht das geil aus hier oben. Kann das sein, dass ich mich jetzt schon wieder verlaufen habe? Ah, nee, da hinten ist der Baumarkt. Gut, da hinten geht es weiter zur Straße. Ist er noch da? Ja. Ja, ist noch da. Ich bin noch ganz gespannt, sich deiner Theorie zugehört. Ja, du wirst, da zwischen Theorie und Praxis ist immer ein gewaltiger Unterschied. Ja, ja. Oh, wenn es bei mir etwas ruckeln soll, das könnte auch eventuell sein, dass meine I in Verbindung zu diesem so vielleicht etwas gerade labgeig ist. Alter, ne, überall Spikes, überall Spikes hier. Überall die Viecher. Guck mal, der mag ich sogar. Rennt sogar hinterher. Yay, ich habe mein Haustier. Oh, lobe mal hier gerade alles weiter. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Das scheint Wasser zu sein, das scheint ein See zu sein oder so. Oh, das war Falldamage. Alter, das war gerade Falldamage. Aua, aua. Wir müssen aufpassen, weil links für uns ist ein Bär. Achtung. Bloß da lang. Wie macht es gerade? Alter Falldamage. Kannst du es doch mal wiederholen. Nee. Okay, Wasser haben wir glaube ich also schon mal gefunden, wenn das jetzt deine Augen richtig entdeckt haben. Ich will surfen, also. Sieht aber sehr trocken aus, dein Wasser. Das ist gerade alles verdunstend. Einfach so puff, weg. Ey, weißt du was? Ich glaube wir haben schon eine Fata Morgana. Ja, aber sowas von. Du bist mal eine Wüste, das hört sich bald so an, ne? Ey, wenn du es so siehst, ist das ja für uns wie eine Wüste hier, ne? Wir haben ja eigentlich hier nichts mehr. Nee. Ich bin nicht, die laufen Richtung Westen. Also geschätzt müssen wir jetzt so definitiv sehen, dass wir hier Wasser zu Tage kriegen. Der Baumarkt, der ist da hinten, ne? Oh. Ein Spike ist auch hinter dir, hm? Ja. Das ist bestimmt der Türsteher, weil du nicht, weil du die Kasse ausgeräumt bist. Ich war es nicht. Verdammte Scheiße, lass mich in Ruhe. Ich hab alles gesagt, du sollst bezahlen. Alter. Du bist dich. Du bist dich. Leg dich nicht mit mir an, Alter. Alter, Beule. Was hat der alles? Alter. Alter, was hat der alles? Alter. Ich wär's nicht wieder, guckt euch das an, hier, wie zieht, guck mal, Weizen, ich wär blöde. Nägel, ich wär auch ströre. Alter. Lass uns auch mal gucken. Lass uns was mitnehmen. Ich will jetzt unbedingt den Weizen-Samen mitnehmen. Alter, was der alles hat, Alter. Schick, schick, was? Jetzt lass mich doch auch mal hier looten. Ich wär irren. So, dafür schmeißen wir was raus. Und das hier? Alter, ich bin voll. Sehe zu, dass du mitkriegst, was du mitkriegst. Ich nehm das mit, dann nehm ich die vier Nägel mit, dann nehm ich Metal Shard mit. Äh, das können wir mal essen, das können wir mal essen. Munition brauchen wir noch nicht, oder? Äh, ich hab Munition dabei, ja. Da drin ist ne Schusswaffe. Äh, Tor, eine Kutzen. Aber ich glaub, Schusswaffen lassen wir erstmal, ne? Wir haben ja Verein und Bogen. Lass uns die Schusswaffen rausschmeißen, weil wir können ja sowieso nichts verletzen. Chicken Fajetta, Chicken Fajetta, man könnte immer was essen, was da drin ist, ne? Wolfs Steak hat auch noch. Hast du, hast du Hunger? Äh, ja, super schön. Gut, dann kannst du nämlich nachher mal, äh, das Steak hat da drin ist, essen. Wenn Hunger ziemlich groß ist. Und bevor wir das Wasser dringlich von der Kopfhörer einstecken, halt hier. Ja, aber da schmeißt jetzt alles raus, was ich nicht brauchen kann, ne? Das Orange Backpack, nö, brauchen wir nicht unbedingt. Brille brauche ich nicht. Brille brauche ich auch nicht. So ein Headshot, ne, brauche ich auch nicht. Ah, das ist Metal Shrub, ich kann ja mitnehmen. Ach, das krieg ich mich nicht, egal. Äh, schlassen wir noch hier. Nur Munition feilen, das brauche ich nicht. Boah. Können wir noch nutzen? Hm. Alter, warte mal, ich muss jetzt erstmal kurz, äh, ne? Blackberry Juice machen. Ja, schluss. Also so ein Zombie hat schon... Der war anscheinend reich, der Typ, ne? Den wir hier gerade erschlagen haben, der war reich, der Junge. Das war der Türsteher, nicht? Da hat die Waffen einstecken und du hast den Türsteher erschlagen. Ja, ja. Wenn das die Polizei sieht. Uuuuh, Antibiotika. Okay, was habe ich jetzt hier noch? Okay, okay. Äh, gut. So, was haben wir hier noch, was wichtig wäre? Ähm. Das Wolf-Stack nehmen wir auf jeden Fall mit. Äh, Metal Sheet nehmen wir mit. Mordshark. Deckfoldation, kommen wir bauen. Das können wir schreddern hier. Das Korb. Alter, warum schredderst du die Klamotten nicht, der Vogel? Hier ist ne Bandage, die können wir mitnehmen. Hallo? Bandage, Wasser. Äh, Seile. Seile können wir mitnehmen, Seile können wir gebrauchen. Obst der ist, uh. Ah, ist ne Fälle. Wird der immer schöner, ja. Basic Shark. Okay, jetzt mache ich nochmal Bandagen. Aus dem Zeug, was der dabei hat, kann man prima viele Bandagen machen, Alter. Alter, willst du mir mal als verarscheln, Alter? Alter, ich weiß, Alter. Nee, so. So, wie ihr seht, ich tue nebenbei schon mal so, äh, bisschen was discovern, weil gerade so die Nägel und so, ne, die man schon gewunden hat, ja. So, was hat er jetzt hier noch, was hat er hier noch, was hat er hier noch, was hat er hier noch? So, was kann man denn noch so schönes hier um den Trick einstellen? So, ich glaube, jetzt haben wir alles gelootet, was wir looten können. Geniet's, Kevin, 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 was ist denn das? Okay, ne Ahnung. Kann ich mindestens, kann ich schon mal ne... Äh, wenn ich richtig gesehen habe, kann ich jetzt ne... Ich könnte gerade ne Foundation machen, oder? Das wäre mal ideal. Ja. Aber jetzt wissen wir, ich habe total die Orientierung. Ja, das ist ein Jungvorlauf, weißt du das? Was? Wo sind wir? Ach genau, wir sind von dem Berg, darüber geht's zum Baumarkt. Baumarkt, ich komme! Willst du schon zum Baumarkt, oder was? Ne, wir müssen auch irgendwie, wir wollen ja in der Nähe vom Baumarkt bleiben, also müssen wir uns auch ein bisschen daran orientieren, wo der ist. Der ist zwischen Ost-Sieh-Osten. Oder wollen wir uns mal da oben über den Hügel gucken. Ähm, können wir auch machen, wir müssen halt doch etwas wegen Hunger und Co, ne? Also... Ja, ja, ich habe ja bisschen was. Gut, dann gucken wir mal da oben. Ich meine, wir versorgen uns ja nachher sowieso wieder über den Hasen und so ne Kacke. Ne, über Kacke ne. Das schmeckt nicht. Das, was du in der Hand nimmst, nehme ich nicht mal in den Mund. Aber so einen schönen gebraten Hasen, das wäre gut. Ja, ne? Und ich meine, so schlecht sieht die Ecke hier ja gar nicht aus, ne? Wir gehen mal auf den Berg. Dann gucken wir mal, was da oben ist. Bestimmt das Ende der Welt. Bestimmt die Fenster. Oh, End of the World. Wir fallen gleich am Rand der Erde, du. Das ist bestimmt die End of the World, ne? Das kannst du runterfallen, nicht aufpassen. Oh, ein Spike. Und noch ein Spike. Ob du auch so viel Loot hast? Okay, der hat gar keinen Loot. Der will nicht. Er wollte nicht gelootet werden. Könnte man denn, du? Ich bin ja gespannt, wo wir hier oben rauskommen. Und jetzt gibt es hier die ultimativen Party-Länder-Briffe. Die haben uns nur hier hinten bestimmt hier rumgeschaltet. Ja, da guck dir mal die Fläche an. Die ist doch perfekt für eine Foundation. Das ist doch eine perfekte Stelle für ein Häuslein. Baumarkt in der Nähe. Was haben wir hier noch? Da hinten haben wir. Ja. Da hinten ist auch noch ein Gebäude, ne? Das heißt, wir haben den Baumarkt in der Nähe. Und wir haben da hinten noch ein Gebäude. Ja, wir müssen uns da nur mal merken, ob wir überhaupt sehen. Hör, das müssen wir rausfinden, wenn wir mal ein Schild finden, ne? Das stimmt. Oder wenn sie mal die Ingame-Karte aktivieren. Das wäre mal nice. Zumindest ist es auch mal ein Schlagplatz oder sowas. Ja, jetzt müssen wir noch eine Foundation bauen. Hier brauchen wir aber erstmal Hüls. Und wir haben alle Taschen voll, ne? Äh, jo. Das ist kacke jetzt. Das heißt, äh... Jo, ich könnte auch eine... Ich könnte eine Kiste bauen. Also, ich könnte eine Kiste bauen, ne? Ich könnte das tun. Da müsste auch nur sicher sein, dass wir auch wirklich hierbleiben. Ja, ich frage ja dich, was du von der Meinung hältst, dass wir hierbleiben, weil hier ist wirklich eine schöne versteckte Ecke. Doch, ich kann ein Deck-Foundation. Da brauche ich aber noch ein bisschen was. Ja. Nägel sind kein Problem. Die Wooden-Locks. Da brauche ich vier Stück. Vier Metal-Bracket und sechs Wooden-Planks. 16 Wooden-Planks. Dann könnten wir hier eine Foundation bauen. Das ist ein kein Problem. Das heißt, wir müssen schnell sehen, dass wir hier alles hinkriegen. Wir brauchen erstmal Hüls. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Hüte Hüls hacken kann. So, ich habe hier jetzt mal... Ich schmeiße hier einfach erstmal ein bisschen was auf den Boden. Das ist ja erstmal scheißegal. Es stimmt. Alles, was wir jetzt hier nicht gerade brauchen, wird sich erstmal auf den Boden geschmissen. So, Crowbar auf den Boden. Metal-Sheet auf den Boden. So, ich gehe kurz... Hier haben wir deine Kiste mit rein. Genau, gehst du mal los und ich gucke mal... Ja. ... dass ich hier auch noch was loswerde. Oh, wir müssen aber trotzdem aufpassen beim Runterlaufen, ne? Jupp. Alter Falter. Auf alle Fälle haben wir Weizen zusammen. Kannst du dir vorstellen, wir haben das allererste Mal Weizen zusammen. Hatten wir das letzte Mal schon mal nicht. Oh ja, das ist geil. Das ist noch. Ich will schon bitte einstecken lassen. Vielleicht, wenn die mal verschwinden müssen. Mhm. So, ähm... So, ähm... Swebmittel brauche ich. Ich könnte das mal hier. Huf, genau. Da muss ich mal... Das ist ja alles gemühen. So, hier noch mal drei Wundenlachs. So, hier noch mal drei Wundenlachs. So, hier noch 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 drei Wundenlachs. Bist du die mit dem Bären? Ah ja, das ist mir scheiße gerade, ich hab ihn hinter mir! So hier, gerade... Wohin? Alter, tu mir einen Gefallen! Lauf! Wo bist denn du jetzt denn? Ich bin eben hier! Scheiße! Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist so ein Ernst, ich hab ein Bären! Kannst du nicht das Räderjagen? Kannst du nicht das Räderjagen? Verdammte Scheiße! Renn zurück! Renn zurück! Ich renne den Bären noch nicht an den Vogel! Nein, du rennst mit dem Drehzenden Kurven und kommst zurück in so unserer Stelle! Ich muss nicht den Bären mit dem Bogen zu erschießen! Hahaha! Mama! Geh mir doch zu, den kratzt du doch gerade mal so ein bisschen! Das ist doch nicht normal! Wieso ich? Kann der nicht aufhören! Hilfe! Keine Ahnung, du musst doch schnell mal ein paar Pfeile machen! Für die Ahnung, du musst gleich maleckeieren Alter, kann der Bär umfallen, bitte? Bitte? Au. Wo bist denn du? Aaaaaah! Was ist denn? Ganz doofe Aktion, mein Freund. Ich hab alles einstecken, Junge. Das ist doch wirklich wahnsinnig. Scheiße. Also seht ihr wenigstens schonmal auf dem schönen Ladebildschirm. Scheiße, Alter. Hm, 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 hm. Alter, jetzt müssen... Lass mich fragen, du kommst auf der Vortsehnte raus. Äh, ich weiß nicht. Ich werde schon wieder winnen, Alter. Das ist doch jetzt die Verarschung. Mal sehen, wie weit ich komme. Also ich renne mal ein Stückchen. Ich glaube nicht, dass du die Bären abhängst. Und rein theoretisch musst du doch irgendwann mal Funde lassen, oder? Nein. Ist denn nee? Nein, der lässt nicht von dir. Der kannst du laufen. Lauf! Äh... Kann man mal in der Verraten der Baumark war? Ich renne den Baumark rein. Er hat einfach... Hilfe! Der kriegt sich das Sache. Und wenn er nicht aus der Pust gekommen ist, dann läuft er ja noch weiter. Okay, dafür habe ich aber gerade einen relativ hübschen Platz gefunden. Ist aber schön für dich. Echt sehr interessant. Mhm, weil ich ja jetzt auch nichts mehr habe. Meine ganze Ausrüstung ist alles im Arsch. Jetzt drehe ich schon von mir weg. Ja. Würdest du in der Situation nicht anders machen. Gib's zu. Oh, da oben ist... Ähm... Was eingezäuntes. Ich komme... Lasst mich bitte rein. Alter Schwede. Ich renne nicht so hoch. Wir hoffen, sie sind tot da oben auf. Sonst bin ich am Arsch. Ach du heige Maria. Ja. Oh ne he. Doch, hier ist halt offen. Zumindest ist schon mal das große Tor offen. Also die Einfahrt ist schon mal... Misty Peak Dumb. Ich bin am Misty Peak Dumb. Ist aber Schwede, du bist. Der Schwede. Wer hat denn den Bären entdeckt? Äh... Weiß ich nicht. Okay, hier gefällt sie mir. Hier findest du Metal Sheet. Und hier findest du auch... Äh... Aaaaaaaah. Hülphe. Hülphe. Bär Mann märs. Hülphe. Hülphe. Help me please. Hülphe. Bär. Bär. Hilp me. Wir sind auf nem deutschen Server. oh nee ach du scheiße in so vorteil ist der bär kann schon mal nicht über mauern springen das ist aber schon ganz schön hart auf das füchel ich renne hier schon seit stunden hier sind meine runden da liegt da liegt da liegt da liegt da liegt ich bin erst mal in sicherheit kannst du es vorstellen interessant ich bin auf einer fondation umgelandet hier wo es im tucker innen ist und in der hasenpalle und ich konnte mich zumindest retten also in der hinsicht ja gut ich habe hier gerade in anderen typen gefunden der hat hier ja ich habe den bär und ich habe den bär und ich habe den bär und ich bin der 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 bär und ich habe ihn getötet wenn ich mich noch wieder zurückfinden zu dir in feine brauchen du ich muss erst mal die stelle wieder finden woher ich kann mal verdenken woher wir waren weil wir haben ja die hütte gesehen von irgen vom berg und gesagt dass da ist noch ein haus und dort bin ich trotzdem muss ich dich erst mal finden ich muss erst mal wissen wo der baumarkt ist oh ja das ist aber eine gute idee dumm jetzt erst mal überlegen wo finde ich hier am besten jetzt eine karte ja am besten wäre eine karte genau das sieht nach einer karte aus so parkplugs press i offroader 75% benzin drin und sparkplugs ich brauch sparkplugs den rest hat alles drin die war mir doch verarschen wozuhelle bin ich denn hier wozuhelle bin ich denn hier ich bin schon hier gibt's autos ja ich glaube ich bin sogar gar nicht mehr so weit weg von dir ne gut warte mal da bin ich fast vor dafür bin ich fast vor was dass jetzt muss ich nur wissen wo ich hier oben ist da ist noch ein bär hier vorne ich bin nach westen gelöse lange mich nicht schon drin Blöde Bär angreift hier. So, jetzt renne ich wieder nach Osten. Puh, das war knapp, ey. Oh Mann, 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 Mann. Also nochmal machst du das mit mir nicht, ne. Du, ausgesucht habe ich mir das nicht. Ja, ja, ja. Hättest du noch ein paar Runden rennen müssen, dann hätten wir den Bär noch erledigt. Genau, weil er mich ja erschlagen hat, und mit dem Nimmel auf. Dann brauchst du nicht schnell genug, hättest du rennen müssen. Oh, Alter, ist das hier eine geile Stille. Alter, ist das eine Megastille. Weißt du, wie viele Metallrohre hier rumliegen? Äh, nö. Im Baumraum sind aber viele. Äh, aber nicht so viele, glaub mir. Okay, der war ja mal schlau hier. Okay. Okay. Der war ja wirklich mal schlau. So, nichtsdestotrotz, ähm, war es das hier an dieser Stelle schon gewesen, denn es ist schon wieder ab von der Zeit. Oh, ja. So, auf dem Berghof bin ich auch wieder. Äh, ob wir es denn geschafft haben und wie es denn dann in der nächsten Folge aussieht und ab dem sehr viel Wort, ähm, wieder zu uns kommt. Das ist alles hier dann in der nächsten Folge. Jo. Würde ich auch mal sagen. Würde ich auch mal sagen, ne? Ja, dann hoffe ich, äh, dann hoffen wir euch hat die Folge gefallen. Ne? Wenn ja, lasst uns ein Like da. Wenn nein, lasst uns auch ein Like da. Ja. Und dann hoffe, äh, ne? Dann würde ich mal sagen, jo, bis sehen dann. Ciao. Ju. Tschüss